Okay, einen hab ich noch. Es gibt noch ne Version von Hänsel und Grede, gesungen von Marius Müller, Westernhagen. Hexe, was hast du bloß aus diesem Teig gemacht? Hexe, der Pfefferkuchen schmeckt ja unter aller Sau. Hexe, das Zeug, das hätte mich fast umgebracht. Hexe, dafür gehörst du in den Bau. Du packst die Waffe, für die es keinen Waffelschein gibt. Du packst die Waffe, für die es keinen Waffelschein gibt. Du packst die Waffe, für die es keinen Waffelschein gibt.